machen und sie merken es nicht. Nur wir müssen es kommunizieren, wir müssen die Menschen erreichen und ihnen sagen, ihr braucht keine falschen Rattenfänger, die am Ende euch was predigen. Die AfD ist keine Volkspartei, sie gehören wieder dorthin, wo sie herkommen und zwar in ihren Rattenlöchern. Und deswegen kämpfen wir in Brandenburg, deswegen kämpfen wir in Sachsen, deswegen kämpfen wir bei der Europawahl, damit die AfD nicht stärkste Kraft wird. Lasst uns gemeinsam kämpfen.